Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Alpcasts, dem Podcast für Bergsteigerinnen und Bergsteiger. Und zwar befinden wir uns heute in der Episode Nummer 27 mit dem Titel Wie die Affen. Wie die Affen. Es geht heute um das Thema Sportklettern und Klettern und was die Affen damit zu tun haben. Dazu komme ich dann gleich nochmal. Ich hoffe zu Beginn, dass ihr alle eine wunderschöne Woche hattet, dass ihr vielleicht schon den ein oder anderen Berg ganz schneefrei erklimmen konntet und dass ihr vielleicht auch schon eine Hochtour unternommen habt. Es wäre ja definitiv schon Zeit. Das hat jetzt so lange so eine harte Hitzeperiode gegeben, dass jetzt mittlerweile auch die Gletscher wieder so schneefrei sind, dass man sie auch ohne Ski begehen kann. Und auch viele Altschneefelder sind mittlerweile dahingeschmolzen und das freut mich natürlich ganz besonders. Denn jetzt kann man wieder halbwegs sicher auch in den Bergen unterwegs sein, ohne dass man jetzt große Erfahrungen oder Fähigkeiten braucht. Und dementsprechend hoffe ich, dass ihr diese Gelegenheit jetzt auch alle wirklich nutzen könnt. Heute geht es um das Thema Sportklettern. Und ich verbinde mit dem Thema Sportklettern etwas ganz, ganz Besonderes. Denn ich persönlich komme mehr oder weniger auch aus dem, nicht nur, aber auch aus dem Sportklettern und aus dem Klettern, aus dem Hallenklettern, aus dem Felsklettern. Aber das ist eben auch so irgendwo eine meiner privaten Heimatstätten. Und genau da finde ich einen Teil meiner, ja, meiner Abenteuersucht, wenn man das so nennen möchte. Und deshalb hat das bei mir persönlich in meinem Leben einen ganz, ganz großen Platz. Und ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht. Aber Sportklettern, oder sagen wir einfach jetzt mal Klettern dazu, Klettern hat irgendwie etwas Faszinierendes. Diese Bewegungen, dieser Flow, in den man kommen kann, wenn man sich wirklich voll auf das Klettern einlässt, das ist etwas, was man in anderen Sportarten nicht so einfach findet. Man wird in anderen Sportarten schneller mal aus dem Thema herausgerissen. Man braucht so viel individuelle Faktoren, die dann auf einen einwirken. Und beim Klettern ist das aber alles irgendwie herunterreduziert auf das Notwendigste, auf einen alleine, auf einen selber. Man hängt nicht von irgendjemandem direkt ab. Natürlich ist es relevant, dass man einen entsprechenden Partner hat, der einen sichern kann. Aber grundsätzlich ist die Bewegung definitiv eine sehr eigene Sache. Und man wird nicht durch andere Störfaktoren irgendwie beeinflusst. Es hängt also auch an einem selbst, ob man eine Route zum Beispiel schafft oder nicht, ob man stürzt oder nicht, ob man die psychischen, die mentalen Fähigkeiten dazu hat, eine Route zu durchsteigen und so weiter. Klettern ist eigentlich so vieles, womit man sich im Leben relativ selten auseinandersetzt, aber man kann trotzdem für den Alltag eine Menge aus diesem Sport ziehen. Ihr seht, ich bin begeistert vom Klettern, obwohl ich das noch nicht mein ganzes Leben lang mache. Also im Gegensatz zu vielen anderen, die gerade hier in den Alpen aufwachsen, direkt in der Alpenhauptstadt Innsbruck beispielsweise, habe ich nicht mit dem Gehen auch das Klettern gelernt. Ganz im Gegenteil, vom Klettern war ich eigentlich immer sehr, sehr weit weg. Bis ich irgendwann, als ich erwachsen wurde, das Klettern für mich entdeckt habe als sportlichen Ausgleich. Ich bin nämlich nicht am Fels aufgewachsen, sondern in der Halle. Denn da habe ich angefangen aus sportlichen Hintergründen zu bouldern. Denn ich war damals noch alleine mit meiner Faszination und mit meinem Denken, mit meiner Idee, dass es ein absolut genialer Sport ist. Und das Bouldern, das war aber in meiner alten Heimat eine relativ armselige Geschichte. Es gab eine kleine Kletterhalle relativ weit weg von meinem Wohnort. Und in dieser Kletterhalle gab es einen Miniatur-Boulderraum. Also der war, naja, vielleicht sieben mal sieben Meter groß. Und da war es gut gefüllt, denn es war die einzige Kletterhalle in der Umgebung. Und es gab viele kletterbegeisterte Felsliebhaber in der Gegend, die auch bei Schlechtwettertagen natürlich trainieren wollten. Insofern, dieser Boulderraum, es war gar keine Halle, der war definitiv nicht das ideale Pflaster, um in diesen Sport reinzukommen. Andererseits hat es aber definitiv gereicht, um mich anzufixen. Denn irgendwann bin ich dann auch zum Sportklettern gegangen und zum Hallenklettern, also Seilklettern. Und das brachte dann alles letztlich einen Stein ins Rollen, sodass ich heute relativ gut klettern kann. Es war natürlich schade, dass jetzt sechs Monate lang die Hallen verschlossen waren und ich damit keine Möglichkeit hatte, so richtig zu trainieren. Und ich bin jemand, ich muss fast schon irgendwo hingehen, um tatsächlich meinem Trainingsplan nachzugehen. Ich bin ein schlechter Home-Trainer. Also ich trainiere nicht gerne zu Hause. Und ich habe zwar ein Hangboard zu Hause hängen, aber so richtig gerne hänge ich mich da nicht dran. Da bin ich dann lieber in einer anderen, in einer eigenen Einrichtung, wo auch der Spirit so ein bisschen dazu passt. Wo viele Leute sind, die mit den gleichen Intentionen hier trainieren, die sich auch abrackern, die auch Erfolge suchen und so weiter. In diesem Sinne, da spielt dann viel mehr zusammen. Und das ist dann für mich auch leichter zu trainieren. Für ein Home-Training fehlt mir persönlich auch irgendwo einfach die Disziplin. Da bin ich ganz ehrlich. Insofern, ich bin ein leidenschaftlicher Kletterer. Corona hat mir leider einige Wettkämpfe, bei denen ich teilgenommen hätte, auch nochmal einen großen Strich durch die Rechnung gezogen. Also ich bin schon auf dem Niveau, dass ich im wettbewerbsmäßigen Klettern teilnehmen würde. Aber das ist aktuell eben alles nur, ja, sagen wir fast schon Fantasie. Denn ich muss natürlich auch wieder die sechs Monate irgendwo reinholen und ich bin kein Teamathlet oder sowas. Das heißt, ich hatte keinen Sonderstatus, ich hatte keinen Sonderzugriff auf die Kletterhallen beispielsweise, weil ich eben kein Berufssportler in dem Sinne bin, sondern einen anderen Beruf habe. Und das war in dem Fall dann schwieriger. Also, naja, aber eigentlich soll es jetzt gar nicht so nur um meine persönliche Leidenschaft, das Klettern gehen, sondern es soll vor allen Dingen um die Auseinandersetzung damit gehen und vor allen Dingen auch darum, warum das Hallenklettern heute einerseits die größte Chance, aber andererseits auch die größte Gefahr im Bergsport ist. Und ja, Klettern gehört irgendwo auch zum Bergsport. Und ich habe diese Einleitung jetzt zu meiner Vergangenheit zum Thema Klettern auch hauptsächlich deshalb nochmal kurz aufgerohlt, nochmal kurz reingeholt in den Podcast, weil ich so ein bisschen zeigen wollte, dass mir das Thema persönlich sehr am Herzen liegt und ich da aus einer Rolle spreche, die durchaus Ahnung von der Materie hat. Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Experte bin, aber ich möchte vor allen Dingen zeigen, dass ich schon weiß, wovon ich spreche und dass ich viele Gedanken von anderen Menschen diesbezüglich auch ganz gut nachvollziehen kann beziehungsweise sie ganz gut interpretieren kann. Warum das wichtig ist, dazu kommen wir jetzt. Es gibt das Sportklettern, das typische Sportklettern am Fels, das findet mit einem Seil statt und man klettert irgendwo eine Route hoch und wenn man oben angekommen ist, dann lässt man die Person, die oben angekommen ist, auch wieder ab und dann ist die Route sozusagen beendet. Das ist das klassische Sportklettern. Sportklettern definiert sich über die Schwierigkeit, nicht unbedingt über die Ausgesetztheit oder die Absicherung, sondern das Sportklettern beinhaltet immer eine relativ solide Absicherung und trotzdem die Möglichkeit sich, oder genau deshalb die Möglichkeit sich an seinen persönlichen Leistungsgrenzen auszuprobieren. Und das ist ein Luxus, den hat man erst seit ein paar Jahrzehnten für sich entdeckt und ganz konkret startete im deutschsprachigen Raum dieses typische Sportklettern, dieses sportliche Einseillängen-Klettern eigentlich erst in den 60er und 70er Jahren in der Hippie-Bewegung und auch im Frankenjura beispielsweise, ich denke da auch an Persönlichkeiten etwas später wie Wolfgang Gülig, die definitiv dieses typische Sportklettern erst so richtig etabliert haben. Denn vorher war Klettern, und das ist ganz wichtig zu wissen, eine Fortbewegungsmethode in den Bergen. Das Klettern war etwas, was man in Kauf genommen hat, um auf einem Gipfel zu stehen. Und es war nicht die Disziplin als solches, die so interessant war. Natürlich war das Klettern in diesem Sinne schon eine spannende Herausforderung, aber meistens ging es beim alpineren Klettern, das früher die einzige Form des Kletterns war, vor allen Dingen darum, ausgesetzt und psychisch anspruchsvoll eine Wand zu durchsteigen, am besten ohne zu stürzen, da ein Sturz in der Regel sehr schwere Konsequenzen hat. Die Absicherungen waren immer und sind bis heute in alpinen Kletterrouten sehr spärlich und relativ, naja, sagen wir mal optimistisch ausgelegt für einen Sturz. Also es ist definitiv viel Glück gefragt, wenn man sich in alpinen Kletterrouten mal zu viel traut. Das Ganze ist im Sportklettern anders, und das hat sich dann über so Rot, über die Bewegung Rotpunkt zum Beispiel im Frankenjura auch sehr stark verändert. Plötzlich ging es um einen sportlichen Gedanken. Die Felsen im Frankenjura waren nicht hoch genug, um sie tatsächlich als große alpinistische Herausforderung zu betrachten. Sie waren einfach nur Felsen, und dementsprechend kam man mit einer Seillänge da eigentlich relativ gut und auch sicher rauf. Die Folge dessen war also, dass man einen Sport daraus gemacht hat, denn es war ein extrem niederspelliger Einstieg. Man musste nur klettern können, man musste die Sicherungen einhängen können und die Expressschlingen einhängen können und das Seil, und dann konnte man das eigentlich. Und wenn man es dann rauf geschafft hat, war man gut, und wenn man es nicht rauf geschafft hat, war man eben nicht so gut. Und das alles, das führte natürlich dazu, dass dieser sportliche Gedanke sich irgendwann immer weiter durchgesetzt hat. Denn zugegeben, richtig großes Interesse daran, sich in Lebensgefahr zu begeben, das haben natürlich die wenigsten, und das kann man natürlich auch irgendwo nachvollziehen. Und das alpine Klettern, das beinhaltete vor allen Dingen in den damaligen Jahren, aber bis heute auch irgendwo ein gewisses Risiko und eine gewisse Lebensgefahr, der man sich aussetzen musste, um durch eine alpine Wand zu kommen. Das Sportklettern gab einem irgendwie ein sportlicheres Feeling, mehr als wäre es ein Hobby, eine Leidenschaft hat sich daraus entwickelt, die nicht so einen Draufgänger gebraucht hat in diesem Sinne, die nicht so ein psychisches Monster in sich gebraucht hat, um irgendwie erste Erfolge feiern zu können, sondern es war eben, wie gesagt, relativ niederschwellig, und es war irgendwie was, das jeder mal ausprobieren konnte. Große alpinistische Wände, wie eine Ortler-Nordwand zum Beispiel, die konnte nicht jeder einfach mal ausprobieren. Aber das Klettern, das ging eigentlich schon, also das konnte man jedem auch schnell mal zeigen. Und so entstand in den Alpen, im Frankenjura, aber natürlich auch hier im Kalk, aber auch in den Dolomiten selbstverständlich, eine Community fürs Sportklettern. Und ehrlicherweise, gerade um Arko herum, also in der Nähe des Gardasees, aber auch hier im Raum Innsbruck, in den 90er Jahren vor allen Dingen, und im Frankenjura, da haben sich die großen Sportkletter-Communities dann letztlich gebildet. Und diese Communities, die sich da gebildet haben, die bildeten natürlich den Grundstein für etwas ganz, ganz Großes. Und ich weiß nicht, ob sich irgendjemand damals vorstellen hätte können, dass es heute hunderte, wenn nicht tausende Kletterhallen in Europa gibt. Und unfassbar viele Leute, die das Hallenklettern und das Bouldern betreiben, egal ob in der Halle oder am Fels. Und dementsprechend muss man sagen, dass sich das schon rasant entwickelt hat, weil wir reden ja hier von den 80er und 90er Jahren und jetzt 25, 30 Jahre später sind wir hier ja eigentlich fast schon in einer ganz neuen Welt, wenn man das mit damals vergleichen will. Insofern, das Klettern, das hat sich irgendwie verändert und entwickelt. Und nicht alle Menschen finden oder fanden das gut. Denn wenn ich hier einmal zitieren darf, Reinhold Messner beispielsweise sagt in einem Interview mit, ausgerechnet dem Playboy, warum auch immer, das, was die Mädels und Jungs in den Kletterhallen vergessen, ist, dass ihre Kletterei nichts mit traditionellem Alpinismus zu tun hat. Nichts. Sie klettern im klimatisierten Raum, großartig wie Äffchen, 15 Meter hoch. Dieses großartig wie Äffchen, also diese, ja, diese Assoziation mit den Affen, die muss ich ehrlicherweise zugeben, die könnte man schon bekommen, wenn man sich heute die Hallenkletterer mal so genauer anschaut. Wir klettern in unfassbar steilen Überhängen, in denen es in den meisten felsigen Klettergebieten gar keine Chance gäbe, sich irgendwie zu halten. Wir machen quasi aus einer glatten Wand eine Möglichkeit, eine Möglichkeit, diese glatte Wand empor zu steigen. Und es ist vollkommen egal, wie schwer oder wie steil die Wand ist. Wir können sie so anpassen durch die künstlichen Plastikgriffe eben, dass wir hochkommen. Und das ist natürlich etwas, was mit Alpinismus nichts zu tun hat. Damit hat Reinhold Messner selbstverständlich vollkommen recht. Interessanterweise ist es aber schwierig, das so zu bewerten, denn die Sportkletterei und die Hallenkletterei, die es heute gibt, die hat sich aus diesem traditionellen Alpinismus heraus entwickelt. Wenn Reinhold Messner also nun sagt, dass diese Kletterei nichts mit traditionellem Alpinismus zu tun hat, dann ist das nicht ganz richtig. Denn zu tun hat es insofern, als dass der Alpinismus natürlich ein Taktgeber war. Und vor allen Dingen die Entwicklungen, die technischen Entwicklungen, und darüber habe ich auch schon mal eine Podcast-Episode gemacht, Denn mit dem Bühlerhaken beispielsweise haben sich natürlich neue Möglichkeiten entwickelt. Und dann mit dem Bohrhaken später und den normalen Laschen und Umlenkern und so weiter, als man diese ganzen Systeme ausgeweitet hat auf die Klettergebiete. Damit, das kommt alles aus dem Alpinismus. Das sind Techniken aus dem Alpinismus und auch der Bewegungsvorgang des Kletterns ist immer noch aus dem Alpinismus entstanden. Denn wenn wir damals in den 70er und 80er Jahren nicht die Wände der Welt beklettern hätten wollen, hätte nie jemand auf die Idee kommen können, dass man das auch im kleinen Stil, im Frankenjura oder im noch kleineren Stil in einer Kletterhalle irgendwann umsetzen kann. Insofern, nein, da muss ich Reinhold Messner widersprechen. Zu tun hat es damit definitiv etwas, wenngleich man es nicht vergleichen kann. Denn natürlich, die Kletterhallen sind heute ein sehr geschützter Raum. Es kann im Prinzip nichts mehr passieren, wenn alle Leute, die daran beteiligt sind, fehlerfrei arbeiten. Also, wenn die Bohrhaken, die dementsprechend in den Plastikwänden gesetzt sind, tatsächlich gut verankert sind, wenn der Sicherer unten am Boden keinen Scheiß macht und gut aufpasst und wenn der Kletterer verantwortungsvoll jede Expressschlinge auch wirklich nutzt. Unter diesen Umständen ist Klettern fast schon langweilig in der Abenteuerlichkeit. Und das ist natürlich manchen Leuten ein Dorn im Auge, denn wenn das Abenteuer der Fokus des Lebens sein soll, dann ist das Hallenklettern definitiv das Milchpulver zur Milch. Und insofern kann ich natürlich auch verstehen, dass man hier Kritik aussprechen möchte. Aber man sollte nicht vergessen, dass das Hallenklettern zwar heute nicht mehr vergleichbar ist mit dem Alpinismus, aber es sich eben zu einer komplett eigenständigen Sportart weiterentwickelt hat. Es definiert sich heute auch niemand mehr als Kletterer, dann auch als Alpinist. Und auch die Sportkletterer, die heute am Fels unfassbare Leistungen erbringen, die würden sich tendenziell auch eher nicht als Alpinisten bezeichnen. Also wenn ich einen Stefano Ghisolfi oder einen Adam Ondra fragen würde, ob er ein Alpinist ist, dann wird er das definitiv verneinen. Insofern kann man nicht davon sprechen, dass irgendjemand im Klettern sich anmaßt, ein Alpinist zu sein, wenngleich, und das ist meiner Meinung nach wichtig zu erwähnen, es durchaus auch eine Überschneidung in diesen beiden Bereichen geben kann. Es gibt Alpinisten, die auch gerne in der Halle klettern. Und ich persönlich würde mich auch als einen Alpinisten bezeichnen, der sehr gerne in der Halle klettern geht. Ich komme letztlich auch irgendwo aus der Kletterhalle. Ich bin interessanterweise aber nicht vom Hallenklettern zum Alpinisten geworden. Also ich habe mich nicht in den Alpinismus verliebt, weil ich in der Halle geklettert bin. Und da kommen wir jetzt gleich, das ist jetzt die schleichende Überleitung zum nächsten Punkt. Sondern ich bin vom Hallenklettern dann letztlich an den Fels gekommen. Das heißt, das Hallenklettern oder das Klettern per se hat mich nicht in die Alpinismus-Schiene gebracht, sondern nur die Berge als solches und als Ganzes haben mich zum Alpinismus gebracht. Deswegen glaube ich, dass man heute dieses typische Sportklettern, sei es in der Halle oder am Fels, gar nicht richtig mit dem typischen alpinistischen Bild, das ein Reinhold Messner beispielsweise geprägt hat, überhaupt vergleichen kann. Ich glaube, das sind zwei Schienen, die zwar nicht in vollkommen unterschiedliche Richtungen fahren, zwei Züge auf zwei verschiedenen Gleisen, die zwar nicht in unterschiedliche Richtungen fahren, aber definitiv nebeneinander und nicht auf derselben Spur. Also man muss sich zwar nicht entscheiden, man kann auch beides sein, man kann irgendwo Alpinist sein und irgendwo auch ein Sportkletterer und sich vielleicht in beides irgendwie verlieben, aber natürlich ist das nicht das Gleiche. Aber man kann natürlich trotzdem erwähnen, dass, wenn man bei dieser Metapher bleiben möchte, dass beide eigentlich den gleichen Bahnhof haben irgendwo in den 50er und 60er Jahren mit dem fortschrittlicheren Kletter. Überlegen wir jetzt, warum das Hallenklettern eigentlich eine vielleicht nicht ganz unproblematische Entwicklung der letzten Jahrzehnte ist. Ich meine, Jahrzehnte ist vielleicht jetzt ein bisschen viel gesagt, aber der große Trend dazu, der ist jetzt tatsächlich schon so 15 bis 20 Jahre alt. Das Hallenklettern hat sich eben aus dem Felsklettern entwickelt, denn man hat damals, als Felsklettern in den 90er Jahren sehr beliebt war, gerade hier auch in den österreichischen Alpen, hier im Inntal, im Raum Innsbruck. Da wurden in den 90er Jahren die schwersten Routen hier in der Gegend gemacht und dementsprechend zuerst gebohrt, dann projektiert und teilweise von hier lokalen Legenden wie einem Reinhold Scherer letztlich geschafft. Und insofern hat sich hierherum eine Szene gebildet und natürlich wollte man sich irgendwo auch messen. Und auch das heutige Suchen nach dem höchsten Schwierigkeitsgrad 9c, vielleicht irgendwann 9c+, vielleicht eines Tages auch 10a, das alles hat irgendwo auch etwas mit Messbarkeit und Vergleich zu tun. Und das ist ja etwas, was wir im Alpinismus eben nicht vernünftig umsetzen können. Wir können eben nicht vergleichen, ob die Zeit, die jemand in der Ortler-Nordwand gebraucht hat, vergleichbar ist mit der Zeit, die jemand anderer da drin gebraucht hat. Denn die Bedingungen verändern sich so stark, es ist immer so eine individuelle Sache. Und am Fels hat man aber irgendwie die Chance gewittert, dass man sich miteinander vergleichen könnte und probiert das nun eben in diesem Schwierigkeitsgrad, in diesem immer weiter höher schieben des Schwierigkeitsgrads. Und das funktioniert mehr oder weniger auch ganz gut. Wobei man sagen muss, dass es gerade in den letzten Jahren auf der Obergrenze dieser Leistungsskala definitiv immer schwieriger wird, neue Meilensteine zu setzen. Denn wir sprechen hier mittlerweile davon, dass die Luftfeuchtigkeit stimmen muss, dass minimale Veränderungen im Wetter schon einen Unterschied machen können, ob eine Route überhaupt möglich ist oder nicht. Dementsprechend kann man auch jetzt hier langsam sagen, naja, ich weiß nicht, ob das jetzt immer noch sehr messbar ist. Aber dafür gibt es eben heute, und das seit Mitte der 90er, den Trend zum Hallenklettern. Und das Hallenklettern, das kommt eben aus dieser Möglichkeit, sich miteinander zu vergleichen. Denn die Bedingungen sind exakt gleich. Es kann kein Griff schlechter oder besser werden, zumindest nicht signifikant. Es kann nicht so stark in den Bedingungen schwanken, dass man davon sprechen kann, dass heute zum Beispiel es deutlich zu feucht war, zu warm, zu kalt und so weiter. Das alles lässt sich heute sehr gut anpassen und regeln. Das war eigentlich der Hintergedanke dieser Kletterhallen. Ein netter Nebeneffekt war natürlich, dass es auch für den Hobbysportler eine Möglichkeit war, in einen Sport hineinzuschnuppern, der eigentlich ziemlich rau wirkte von außen. Die Felskletterer, das waren immer so, ja, das war eine so eingeschweißte Community. Das waren Leute unter sich. Und das Felsklettern, das wirkt ja auch wie ein sehr animalischer, anarchischer Sport. Da wird herumgeschrien, teilweise in den schwersten Routen und so. Das kann irgendwie auch abschreckend wirken. Und deshalb war es eine ganz nette Idee, dass es dieses Hallenklettern auch einfach mal als, ja, als eine spielerische Art des Kletterns gab. Und viele Leute empfanden auch das wieder als einen sehr niederschwelligen Einstieg in dieses Thema. Das Spannende ist aber, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut, dass immer mehr Leute vom Hallenklettern nicht mehr wegkommen. Sie sind vielleicht begeisterte Wanderer oder vielleicht auch Alpinisten und haben aber vielleicht keinerlei Erfahrung mit diesem tatsächlichen Sportklettern oder Seilklettern im Allgemeinen. Und dementsprechend suchen sie dann in der Halle einen ersten Anfang, finden den, sind sehr glücklich dort, aber kommen dann irgendwie nicht mehr richtig weg davon. Und nicht im Sinne von, sie hören nicht mehr auf, sondern im Sinne von, sie kommen nicht mehr an den Fels. Und das persönlich erachte ich als eine problematische Entwicklung, denn die Halle sollte meiner Meinung nach nicht der Kern dieses Themas Kletterns sein, sondern er sollte eigentlich ein Sprungbrett für den Fels darstellen. Und ich sage nicht, dass ich das nicht mag, dass Leute immer nur an der Halle klettern. Das ist mir ehrlich gesagt egal, was jemand tut. Also jeder darf tun, was er will. Aber ich finde, da wird sehr viel Potenzial verschwendet. Ich bin der Meinung, dass Felsklettern, egal ob Sportklettern oder Alpinklettern, einen deutlich größeren Abenteuerfaktor mitbringt als das Klettern in der Halle. Und natürlich würde ein Reinhold Messner jetzt sagen, ach das Sportklettern, das ist überhaupt kein Abenteuer mehr, weil es ja eben nicht sehr gefährlich ist. Aber ich glaube, dass in einem Abenteuer mehr drinstecken kann als nur eine potenzielle Gefahr. Deshalb glaube ich, dass viele Leute durchaus davon profitieren könnten, wenn sie sich mal aus der Halle raustrauen und am Fels etwas probieren. Ein weiteres Problem, und das spreche ich definitiv der Halle zu, dieses Problem, ist natürlich auch, dass wir in einer Halle die Bedingungen am Fels nicht ansatzweise simulieren können. Das hängt ganz einfach mit der Physik zusammen. Am Fels haben wir folgende Situation. Je leichter eine Route ist, desto flacher muss sie sein, denn eine steile Route hat keine, in der Regel aufgrund der Physik eben, keine schönen Henkel. Also eine leichte Route muss ja im Prinzip leicht zu machen sein. Und in der Halle ist eine leichte Route mit sehr großen Griffen ausgestattet, also mit großen Henkeln, großen Löchern. Das kann am Fels aber so nicht wirklich funktionieren. Also die Geologie gibt das auch einfach nicht her, dass man irgendwo, oder zumindest nur extrem, extrem selten, dass man irgendwo Henkel beispielsweise hat, oder große Taschen für die Hände. Das heißt, das ist nur selten möglich, und dementsprechend gibt es auch nur wenige leichte Routen, die am Fels auch sehr steil sind, denn, naja, die Geologie gibt es eben nicht her. Deshalb sind die leichten Routen am Fels immer sehr flach. Sogenannte Slap-Routen sind das meistens. Egal, ob es beim Sportklettern oder Alpinklettern. Und das gibt es beim Hallenklettern eben nicht. Es gibt beim Hallenklettern eben auch eine sehr steile Wand mit riesigen Griffen, die die gleiche Schwierigkeit hat wie eine flache Wand am Fels. Weil es eben die steile Wand am Fels in dieser Schwierigkeit nicht geben kann. Haben wir jetzt geklärt. Die Sache, die ich interessant finde zu beobachten, ist, dass Leute aber trotzdem versuchen, das umzulegen. Also, sie sehen, okay, ich kann in der Halle eine 5C beispielsweise klettern, dann müsste ich am Fels doch auch eine 5C klettern können. Spätestens beim Versuch in der Praxis werden sie merken, dass sie auf einer 5C am Fels definitiv scheitern werden. Und ich selbst habe diese Erfahrung auch gemacht. Denn ich habe ja auch in der Halle angefangen und nicht am Fels. Und ich habe meinen Großteil meiner Kletterzeit tatsächlich in der Halle verbracht bis heute. Und man muss sagen, dass mir das geschadet hat für den Fels. Denn ich habe deutlich weniger natürliches Gefühl für den Fels. Ich habe deutlich weniger Gespür dafür, welche Schwierigkeit jetzt mich in welcher Situation wie fordern könnte. Das ist alles etwas, das habe ich nicht so im Instinkt drinnen, wie jemand, der mit dem Fels klettern aufgewachsen ist. Dafür kann ich in der Halle sagen, dass ich sehr, sehr gut bin, da ich sehr athletisch bin. Denn auch die leichten Routen in der Halle sind schon sehr, sehr steil. Und damit vor allen Dingen eine Frage der Muskulatur. In den Unterarmen, in den Schultern, im Latissimus. Das sind alles so Muskelgruppen, die am Fels deutlich später erst gefordert werden. Und mit deutlich später meine ich, wenn ich in der Halle eine 5a klettere, dann kann das eine Route sein, die vom Kraftaufwand her, jetzt nicht von den Fingern her, aber vom Kraftaufwand her und der Steigung her, am Fels durchaus eine 7a sein könnte. Schwierigkeitsgrade klaffen hier unfassbar auseinander, aufgrund des ganz unterschiedlichen Anspruchs an die eigene, ans eigene Repertoire an Fähigkeiten. Insofern darf man es nicht miteinander vergleichen. Und trotzdem sehe ich hier aber ein Problem. Denn viele Leute wollen eben von der Halle an den Fels und sind dann frustriert, weil sie viel weniger schaffen und weil sie nicht wissen, wie sie jetzt wo weiterkommen sollen und so weiter in einer Route. Sie haben keine vernünftige Orientierung, denn sie kommen aus einem ganz eingeengten Blickfeld für die Kletterrouten. In einer Halle hat man Farben. Man weiß genau, wo man hinsteigen darf und wo man nicht hinsteigen darf. Und das ergibt sich eine logische Route vor einem. Und das allein durch diese Farbe. Wenn ich einen Tritt irgendwo in einer farbig markierten Route sehe, dann weiß ich genau, dass der mit dem logischen Verlauf der Route zu tun haben muss. Ich kann mich also an diese Gegebenheiten anpassen und dadurch komme ich leichter auf den Schluss, wie es gelöst werden muss. Eine Stelle zum Beispiel. Das Interessante ist, dass das am Fels aber eben nicht so ist. Wir haben keine Markierung. Wir können alles als Tritt und Griff verwenden, was wir in die Finger bekommen, solange wir uns quasi in einer Route drin bewegen. Und das macht es natürlich am Anfang sehr überfordernd, denn wir haben so viele Auswahlmöglichkeiten. Und gleichzeitig wissen wir aber nicht, was hält, was hält nicht, was funktioniert. Ist dieser Fels vielleicht brüchig oder bröckelig? Ist er sehr glatt poliert? Habe ich hier viel Reibung, wenig Reibung? Das sind alles Faktoren, mit denen wir zu Beginn nichts anfangen können. Das heißt, wir stehen erst mal vor der Herausforderung, viel ausprobieren zu müssen, bevor wir tatsächlich erste Erfahrungen sammeln können, in einer Art und Weise, wie wir sie in der Halle schon längst sammeln können. Also in einer sportlichen Art und Weise. Das heißt, das Sportklettern am Fels ist als Hallenkletterer zu Beginn definitiv nicht sportlich, sondern in erster Linie mal eine Sache des Lernens, eine Sache des Erfahrens und eine Sache des Versuch und Irrtum, Scheitern, etwas dazulernen, wieder neu machen und so weiter. Insofern ist das Felsklettern natürlich etwas ganz, ganz anderes und trotzdem ist es aber irgendwie nett, wenn man eine Kletterhalle hat als sportlichen Ausgleich, denn wenn man irgendwann mal wirklich hart Sportklettern gehen möchte, also in den oberen Schwierigkeitsgraden, dann lohnt es sich durchaus, wenn man in einer Kletterhalle dafür trainieren kann. Und es ist irgendwo, und das muss ich jetzt hier in aller Deutlichkeit sagen, natürlich auch schön, dass es diese vielen unterschiedlichen Interessensgebiete der Leute gibt. Es gibt Leute, die gerne am Fels Sport klettern und dafür dann im Winter in der Halle trainieren. Es gibt Leute, die gerne, ja vielleicht einfach nur in der Halle klettern. Es gibt Leute, die gerne am Wettkampf teilnehmen und deswegen auch ausschließlich in der Halle trainieren. Es gibt Leute, die gehen gar nicht in die Halle, sondern sind nur am Fels zu finden. Und es ist schön, dass es diese unterschiedlichen Charaktere gibt. Leider gibt es in der Kletter-Community auch dieses Vorkommnis, dass es wirklich viel Diskreditierung gegenüber den anderen Gruppen gibt. Also ich weiß, es wird oft gesagt, dass die Kletterer alle sehr liberal und nett und freundlich sind. Aber man bleibt letztlich leider in diesen Communities doch immer sehr stark unter sich. Also da gibt es dann die ursprünglichen Kletterer, die dann gerne keine Bohrhaken verwenden wollen und alles in einer sogenannten Thread-Form klettern möchten. Dann gibt es die Leute, die viele Bohrhaken haben wollen. Dann gibt es die Leute, die nur Pläsierrouten klettern. Dann gibt es Leute, die nur Heilen klettern wollen und so. Und die alle, da schwingt immer so ein bisschen Verachtung mit. Deswegen ganz so friendly ist diese Community eigentlich nicht. Von außen macht man aber gerne den Eindruck. Aber darum soll es jetzt gar nicht so gehen. Das Interessante ist, dass die Gefahr beim Umschwung von Hallenklettern aufs Felsklettern eigentlich die ist, dass man daraus vielleicht die falschen Schlüsse ziehen kann für das Bergsteigen, für den Alpinismus. Und Klettern gehört einfach zum Alpinismus und zum Bergsport dazu. Und wenn jemand jetzt beispielsweise irgendwo einen Ostgrad oder eine Ostkante oder sonst was klettern möchte im Schwierigkeitsgrad 5 und weiß, dass er in der Halle beispielsweise schon eine 6C oder so klettern kann, dann ist das nicht das Gleiche. Das ist zwar definitiv deutlich schwerer in der Halle, von der reinen Schwierigkeitsbewertung her, aber man muss sich einfach, was das Klettern betrifft, mit viel mehr Themen auseinandersetzen als mit reiner Physis. Physis ist definitiv der Hauptbestandteil des Sportkletterns und des Hallenkletterns, aber nicht der Hauptbestandteil des Alpinkletterns. Beim Alpinklettern sprechen wir hier deutlich mehr vom Kopf. Und während wir natürlich beim Hallen- und Sportklettern auch von einer mentalen Anstrengung oder einer mentalen Herausforderung sprechen, ist das trotzdem nicht ansatzweise dasselbe. Man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Deshalb finde ich es wichtig, dass man hier eine Unterscheidung macht und hier einen Strich zieht und sagt, Alpinkletterer sollten sich nicht wundern, dass es Hallenkletterer gibt, die deutlich, deutlich stärker und konditionell einfach besser drauf sind als sie. Aber Sport- und Hallenkletterer sollten eben auch vorsichtig sein, wenn sie erste Schritte am Fels, im alpinen Gelände wagen wollen. Denn wir sprechen hier nicht von einwandfrei abgesicherten Routen. Wir sprechen hier nicht davon, dass man jederzeit stürzen kann. Wir sprechen hier nicht davon, dass man projektieren kann in diesem Sinne, sondern es geht ganz oft darum, dass man sich tatsächlich zusammenreißen muss und mit dem Kopf unfassbar stark sein muss. Weil wenn es ein Runout, ein sogenanntes Runout, das ist quasi, wenn dann ein Bohrhacken sehr, sehr weit unter einem ist, vor einem Standplatz beispielsweise, wenn da ein Runout kommt und man 20 Meter lang keinen einzigen Bohrhacken mehr hat, dann muss man trotzdem auch in einer schweren Stelle dann die Nerven bewahren können. Das sind Dinge, mit denen ist man im Hallenklettern und im Sportklettern einfach gar nicht konfrontiert. Insofern ist es wichtig, dass es hier eine Unterscheidung gibt und es ist wichtig, dass man sich an diese Unterscheidungen auch tatsächlich hält, damit es eben nicht zu Missverständnissen kommt und eben nicht vielleicht auch eines Tages zu tragischen Unfällen. Denn tatsächlich, das Bedürfnis, dass Leute aus der Halle an den Fels wechseln, das ist da und ich verstehe das vollkommen. Schließlich bin ich auch von der Halle an den Fels gegangen und ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe, aber ich weiß auch, wie schwer das am Ende war, dass ich mir eingestehen musste, dass ich am Fels erst mal eine Zeit lang relativ scheiße sein werde, bevor ich mich an die richtig großen Projekte meines Lebens wagen kann, die ich mir zuvor ausgemalt habe, gleich am Fels schaffen zu können. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr auch etwas dem Klettern abgewinnen könnt. Ihr könnt auch gerne mir einmal schreiben, wenn ihr vielleicht mal klettern gehen wollt, in der Halle oder am Fels. Ich nehme euch grundsätzlich gerne auch mit. Ich gehe gerne mit anderen Leuten klettern. Ich finde, das ist eine wunderschöne Sportart und ich hoffe, dass man auch es über die Zeit schafft, eine Community zu etablieren im Klettern, die gegenseitig sehr stark auf Unterstützung setzt und nicht so sehr auf diesen sportlichen Aspekt. Denn oftmals sieht man es leider schon, dass in Sportklettergärten die Intention eher eine sehr, sehr sportliche ist. Gut, steckt irgendwo im Namen. Aber ich finde gerade, dass dieses Alpinklettern, dass die Alpinkletterer einen ganz besonderen, ruhigen, entspannten, aber auch sehr hilfreichen und sehr, naja, ich sage mal, unterstützenden und selbstlosen Charakter mitbringen. Und wenn wir das kombinieren können, dass wir diese Atmosphäre, diese zusammengeschlossene, nicht so sehr auf Zahlen schauende Atmosphäre zusammen in die Sportklettergärten bringen, ich glaube, dann ist sehr viel geschafft und können wir da sehr viel daraus lernen und alle Leute können sich deutlich leichter weiterentwickeln. Und nochmal, ich bin ein leidenschaftlicher Hallenkletterer bis heute. Ich stehe einfach drauf, wenn ich manchmal auch am Plastik meine Physis fördern und fördern natürlich kann, aber trotzdem bin ich auch sehr gerne am Fels, wenn mein Kopf dann mal wieder richtig gefordert ist und sich mit sehr gefährlichen Situationen auseinandersetzen muss, auch wenn es mal gar nicht so schwierig ist im tatsächlichen Sinne. In diesem Sinne hoffe ich, dass unter euch vielleicht der ein oder andere Felskletterer ist. Wenn nicht, probiert es definitiv mal aus. Ich nehme euch gerne mit, geht gerne in einen Schnupperkurs oder nehmt euch andere Leute mal zum Bouldern mit. Bouldern ist sehr, sehr niederschwellig, da kann man relativ leicht damit anfangen. Ich würde mich freuen, wenn Leute anfangen, am Fels oder in der Halle zu klettern, denn es ist ein wunderschöner Sport. Es ist sehr gesund, wenn man es jetzt vielleicht nicht absolut übertreibt und wettkampfmäßig betreiben möchte oder so und dementsprechend habt einfach Spaß. Ich hoffe, dieser kleine Exkurs, dieser kleine Ausflug in die Philosophie des Kletterns hat euch gefallen. Wie immer wünsche ich euch bis zum nächsten Mal eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine wunderschöne Woche und genießt das Wetter bis zum nächsten Mal wie immer. Bergheil! Musik Musik Vielen Dank.